Es ist Zeit für das AIDA Q&A. Hallo, mein Name ist jetzt wieder eingeschaltet zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum AIDA Q&A. Ja, heute ist der letzte Abend auf AIDA Qosma und ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr gerne wissen möchtet über die Reise. Ich habe ja nicht so viel gevloggt dieses Mal, habe mich ein bisschen zurückgehalten, weil erstens ich auch ein bisschen entspannen wollte und zweitens wir nicht so viel unternommen haben. Und dann hätte es euch eh nicht interessiert, ich hätte euch nichts zeigen können, außer dass ich den ganzen Tag schlafe, esse, ein bisschen Sport mache und chille. Deswegen habe ich euch nicht so viel Videomaterial mitgebracht, aber dennoch möchte ich ein Q&A machen. Und es gibt ja bereits eine komplette Schiffstour auf meinem YouTube-Kanal vom April. Da könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ansonsten beantworte ich jetzt in diesem Video eure Fragen, auch was zu Kosten und so, wo man buchen kann. Die Sonne ist bereits untergegangen, deswegen wird es langsam dunkel. Also ich weiß nicht, ob es komplett hier beenden kann. Ich sehe auch schon den Tele von Teneriffa, weil eigentlich sollten wir morgen früh ankommen, um 7 Uhr. Aber jetzt kommen wir schon um 21 Uhr am Vorabend an, weil wir an die medizinischen Notfall an Bord haben. Keine Ahnung, aber ja, auf jeden Fall sind wir dann heute Abend schon wieder zurück auf Teneriffa. So, fangen wir an mit euren Fragen. Welche Reise machst du gerade bei AIDA? Wir machen die Kanaren-Tour ab Teneriffa, aber es gibt auch noch die Möglichkeit ab Gran Canaria. Also auf unserer Tour sind Leute auf Gran Canaria und auf Teneriffa eingestiegen. Und die Tour geht sieben Tage lang. Ihr beinhaltet dann auch zum Beispiel Madeira in Portugal, Lanzarote, Fuerteventura. Also ich weiß nicht, ob die Route immer dieselbe ist, aber ja, ihr besucht auf jeden Fall die Kanaren mit AIDA Cosma. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Ich glaube so bis März und dann fährt AIDA Cosma, glaube ich, in den Mittelmeer. Und das Mittelmeer? In dem Mittelmeer? Man weiß es nicht. Dann, nächste Frage, Altersdurchschnitt, Alternative. Ich sage immer, wenn ein Schiff, dann will ich auf eine Disney Cruise. Also, Altersdurchschnitt ist schwierig zu sagen. Es gibt wirklich alle Altersklassen, findet ihr hier auf dem Schiff. Es gibt Familien mit Kindern, ganz, ganz viele aktuell, weil natürlich Ferien sind. Dann findet ihr natürlich dementsprechend auch die Teenager, die zu den Familien gehören, wenn es welche gibt. Es gibt aber auch junge Paare, habe ich auch gesehen, aber auch ältere und auch ganz alte Leute. Also auf AIDA findet ihr jeden Altersdurchschnitt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, es ist vermehrt älteres Publikum. Auf dieser Reise würde ich sagen, es ist vermehrt Familie mit Kindern. Und Alternativen, ja, ich habe ja bisher nur eine Disney-Kreuzfahrt gemacht und AIDA. Deswegen kann ich nur die beiden vergleichen, aber man kann auch die beiden Rädereien nicht miteinander vergleichen. Es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, deswegen Alternative. Es gibt ja auch die Eingesessenen. Die einen mögen nur AIDA, die anderen fahren auch mein Schiff, die anderen fahren auch Costa. Und es gibt die Leute, die fahren halt alles. Ich bin eher das AIDA-Anhängsel. Ich möchte aber unbedingt auch mal mein Schiff probieren. Ist AIDA besser oder die Disney Cruise Line? Ja, sind wir nochmal beim Thema. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Zum Beispiel bei Disney Cruise finde ich das Essen absolut genial. Auch der Service ist spitze und ja, natürlich der Disney-Touch. Und bei AIDA ist es schon auch als Entertainment natürlich, dass es deutschsprachig ist. Also das muss man auch dazu sagen, AIDA ist komplett deutschsprachig. Disney Cruise ist jetzt nicht deutschsprachig. Disney Cruise ist komplett auf Englisch. Also wenn ihr da mit Problemen habt, dann auf jeden Fall AIDA oder halt mein Schiff. Mein Schiff ist ja auch deutsch fahren. Aber man kann leider nicht sagen, was ist besser. Man muss tatsächlich beides testen und sagen. Man muss auch dazu sagen, natürlich Disney Cruise ist viel, viel teurer als AIDA zum Beispiel. Wenn ihr jetzt mal so eine Mittelmeer-Kreuzfahrt vergleicht, ist Disney Cruise wirklich sehr, sehr teuer. Und ob das Preis-Langstuhs-Verhältnis dann da stimmt, ist auch schwierig zu sagen. Bucht ihr eine Getränkepauschale? Nein, tatsächlich auf diesem Urlaub haben wir keine Getränkepauschale gebucht. Also es ist tatsächlich bei AIDA so, da kommen wir ja auch gleich noch zu, was alles im Preis mit inkludiert ist. Machen wir dann gleich. Also wir haben jetzt auf dieser Reise keine Getränkepauschale dazu gebucht. Das könnt ihr euch optional aussuchen. Bei uns hätte es dann nochmal zum Reisepreis 200 Euro pro Person für die eine Woche dazu gekostet. Und wir sind nicht jetzt die Megatränke und so. Ab wann kann man, also die Frage ist ein bisschen komisch gestellt. Ab wann kann man am Abreisetag an Bord? Also am Abreisetag muss man ja von Bord. Da kann man nicht an Bord. Und am Anreisetag kann man an Bord. Also ich beantworte einfach beide Möglichkeiten. Also am Anreisetag kann man direkt an Bord. Wenn man am Schiff ankommt und das Schiff natürlich nur im Hafen ist, kann man direkt an Bord. Und am Abreisetag ist es so, da kommt es darauf an, seid ihr Individualanreisende. Also habt ihr eure Anreise selbst gebucht. Müsst ihr bei uns jetzt bis 10.30 Uhr von Bord. Und wenn ihr mit AIDA gebucht habt, das komplette Paketflug und so weiter, dann bekommt ihr auf die Kabine am Vorabend einen Zettel. Oder steht, wann ihr abgeholt werdet. Und dann dürft ihr bis zur Abholzeit an Bord bleiben. Genau, also so ist das geregelt. Was kostet die Reise und was ist alles dabei? Ganz liebe Grüße und frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten auch wieder zurück, obwohl wir jetzt schon nach Weihnachten haben. Aber bei uns ist noch der zweite Weihnachtsfeiertag. Also, was kostet so eine Reise? Wir sind zu dritt, drei Erwachsene. Wir haben eine Balkonkabine gebucht und wir sind Individualanreisen. Das heißt, wir haben uns um die Anreise komplett selbst gekümmert. Es gibt Vor- und Nachteile für Selbstanreise oder auch aus Pauschale. Also, wir haben, wie gesagt, wir sind Individualangereist. Wir haben den Flug selbst gebucht. Wir sind mit Rainer geflogen und auch den Transfer mussten wir selbst organisieren, weil auf Teneriffa ist es so, dass der Flughafen vom Hafen ein bisschen weiter entfernt ist, knapp eine Stunde. Das heißt, wir haben ein Shuttle vorreserviert. Und genau, dann haben wir das Schiff noch separat gebucht. Wir haben jetzt bezahlt für drei Erwachsene, allein für die Kabine nur. Wir haben eine Balkonkabine ohne Getränkepaket. Wir haben Vario gebucht. Das bedeutet, wir dürfen uns nicht aussuchen, welche Kabine wir haben. Haben wir 2.000 Euro bezahlt für eine Woche für drei Erwachsene. Und dann nochmal den Flug für 1.000 Euro mit Rainer hin und zurück. Und nochmal der Transfer waren wir auch bei knapp 150 Euro hin und zurück für drei Erwachsene. Also sind wir bei knapp 300, 3.200 Euro, würde ich jetzt mal um den Daumen gepeilt sagen, für drei Erwachsene für eine Woche über Weihnachten hier auf AIDA Cosmo. Wir haben aber auch Bekannte hier an Bord. Die haben komplett als Pauschale gebucht, also mit Anreise, Flug, Transfer. Und die haben das Getränkepaket inklusive dazu gebucht. Aber die haben eine Innenkabine und sind nur zu zweit und haben 2.700 Euro bezahlt. Nur mal so als Vergleichswert. Aber wie gesagt, wir haben die Getränke wahrscheinlich dazu gebucht. Die wäre nochmal 200 Euro extra pro Person gewesen. Und was darin alt ist, enthalten ist. Also ihr habt das komplette Essen in den Buffet-Restaurants, in den Spezialitäten-Restaurants. Und ich glaube, das sind so die Snacks, Sachen etc. Getränke am Tisch sind inkludiert. Also Wein, Bier, Soft-Getränke in den Buffet-Restaurants ist inkludiert. Wenn ihr zum Beispiel zu den Spezialitäten-Restaurants geht, wie Mama Mia, French Kiss oder Best Burgers zum Beispiel, müsst ihr die Getränke separat bezahlen. Außer ihr habt ein Getränkepaket. Ist ein bisschen kompliziert. Genau. Sonst müsst ihr die Getränke separat bezahlen. Im Markt-Restaurant, also in den Buffet-Restaurants, wie zum Beispiel Markt-Restaurant, Bella Donna und so weiter, sind die Getränke komplett inklusive. Und könnt ihr euch so viel nehmen, wie ihr möchtet. Ansonsten, was natürlich schon inklusive, das ganze Entertainment, die Shows, die Kinderbetreuung. Also es gibt Kids-Clubs und so weiter. Das ist alles auch inklusive. Fällt mir noch was ein? Wenn ihr übrigens noch mehr Fragen habt, könnt ihr die gerne auch unten in die Kommentare stellen. Eine machen wir noch. Da müssen wir aber leider weiter. Wie ist das mit, ist das, wenn man das, wenn das Kind abends schlafen und, also wenn das Kind abends schlafen muss, möchte, kann man dann noch was trinken gehen? Geht das? Ja, es ist ja euer Kind. Also ihr könnt das Kind natürlich, wenn es alt genug ist, auf der Kabine schlafen lassen und dann nochmal rausgehen und dem Kind dann sagen, okay, wenn du irgendwie aufwachst oder so. Keine Ahnung. Also das müsst ihr natürlich als Elternteil entscheiden, ob ihr das Kind auf der Kabine lasst oder nicht. Also das kann ich jetzt hier schlecht beantworten. Also generell geht das. Natürlich, ihr könnt euer Kind auf der Kabine lassen und dann nochmal eintrinken gehen. Aber manchmal sind die Wege recht weit, von der Kabine bis zur Bar. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob ich es machen würde. Keine Ahnung. Eine Frage, die mir auch gestellt wurde, ist AIDA was für Kinder? Und ganz klare Antwort, auf jeden Fall ist AIDA auch was für Kinder. Es gibt so viel Programm. Es gibt erstmal die Teens, also es gibt erstmal die Clubs. Für jedes verschiedene Alter gibt es Clubs. Hier auf AIDA, ich glaube bis 17 Jahre, ab Baby. Also es gibt sogar einen Mini-Club. Und auch jeden Tag wird verschiedenes Programm für die Kinder geboten. Und auch in den Kids-Clubs jetzt generell. Was genau? Ich habe einmal mitbekommen, es gab einen Alien-Tag, weil eine Bekannte hier mit ihrer Tochter war, die ist sechs. Und da gab es mal einen Alien-Tag, aber auf jeden Fall wird es den Kindern hier nicht langweilig. Hier ist einmal der Fun-Park. Den habe ich im Rundgang auch mal ausführlicher gezeigt, als hier keine Kinder waren. Ich schaue mal. Ja, hier sind gerade Kinder. Aber hier ist auch die Wasserrutsche, glaube ich, geht hier durch. Hier können sie klettern. Ja. Dann gibt es natürlich hier die Wasserrutschen. Die Racer kommen hier auch drüber. Hier ist dann einmal der Kids-Club. Wie gesagt, ich bin natürlich jetzt nicht rein. Ich weiß also auch nicht gerade die Altersunterschiede, also von welchem Alter bis welchem Alter. Das könnt ihr auch gerne mal googeln. Aber ja, hier steht Clubis, Ahoi, wie gesagt. Ach ja, Tagesprogramm für Kids, morgen zum Beispiel auf Tinder-Buffer. Steht jetzt hier von 8 Uhr bis 9 Uhr 45. Hier stehen noch sogar die Alterssachen, also Seepferdchen 3 bis 5, Delfine 6 bis 8 und Sharks 9 bis 11. Das ist jetzt der Kids-Club. Und dann haben wir hier zum Beispiel Familienspielzeit. Wir werden zu Detektiven. Hier haben wir die Seepferdchen. Schlaumeier-Quiz. Wer ist der größte Schlaumeier? Köpfchen haben wir. Kannst du aus Rätseln lösen? Wie schlau bist du? Ja. Alles mögliche. Probe Youngstars. Die AIDA Kids und Teens Talente. Ja. Also, sie steht dann immer hier ausgehangen. Es gibt auf jeden Fall genug Pucker für die Kinder. So, machen wir weiter mit der Fragerunde. Ich habe mich jetzt mal ganz dekadent hier auf eine Treppe gesetzt. Auf unserem Deck 15. Weil, ja, in den anderen Bars sind natürlich noch Menschen. Und hier laufen wir auch gleich Menschen vorbei. Gucken komisch, aber jetzt habe ich mich mal hingesetzt. Ich habe hier so Vibes wie früher bei den ersten Disney-Cruz in Norwegen. Da saß ich auch immer am Ende der Vlogs immer auf der Treppe und habe die Videos beendet. Ähm, genau. So, wo waren wir denn? Die Frage, wo buchst du deine Kreuzfahrt? Also, äh, die Kreuzfahrt haben wir jetzt über, äh, die Susi gebucht, die Bohai Travel. Kann ich euch gerne unten in der Infobox verlinken, ähm, ihre Instagram-Seite und auch, ähm, ihre Telefonnummer. Ihr könnt einfach WhatsApp schreiben, wenn ihr Interesse habt. Sie sucht euch die Reise raus, ähm, pauschal, äh, oder individuellen Reisen, wie ihr das möchtet. Das könnt ihr mit ihr besprechen. Ähm, ihr müsst aber kein Reisebüro dafür kontaktieren, wenn ihr nicht möchtet. Ihr könnt natürlich auch direkt über AIDA buchen, über die Webseite. Dort könnt ihr auch Mitflug buchen oder individuell immer nur die Kabine buchen. Geht alles. Und da könnt ihr euch natürlich anschauen, welches Schiff fährt wo, welche Routen gibt es. Und das gibt wirklich sehr interessante Routen bei AIDA, muss ich sagen. Und, äh, genau, das könnt ihr dann da auf AIDA selbst auch direkt buchen. Haben wir auch schon oft gemacht, äh, auch direkt über das Reisebüro. Wir haben auch schon persönlichen AIDA-Reiseberater gehabt, da haben wir auch schon einiges gebucht, ähm, genau. Also ein wilder Mix bei uns. Die nächste Frage, bekommt man in den Kabinen viel von anderen Gästen oder von Partys auf dem Schiff mit? Und, ähm, einmal, also wir haben eigentlich immer mit Balkon offen geschlafen jetzt die ganze Reise über. Einmal habe ich was mitbekommen, obwohl ich mit, äh, AirPods immer einschlafe, wegen meinem Podcast. Ich höre immer zum Einschlafen-Podcast. Dann bin ich in fünf Minuten eingeschlafen. Und einmal habe ich was gehört, das war ein Heiligabend, von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsvertag. Ich weiß nicht, ob ich es geträumt habe oder wirklich jemand gegrölt hat, ähm, irgendeinen Christmas-Song die ganze Zeit wiederholt. Ähm, es gab aber auch viele Jugendliche hier, ähm, während der Reise, die natürlich dann auch einen, gerne mal einen über den Durst getrunken haben. Ähm, ansonsten habe ich wirklich, ähm, keinen, wirklich, ähm, ich musste kurz pausieren, weil ein Kind an mir vorbeigelaufen ist, was ich natürlich nicht zeigen möchte. Und, äh, in die Kamera geguckt habe, weil es so neugierig war. Also, ähm, nee, ansonsten bekommt man nicht viel Witten mit von den Gästen. Klar, von den Nachbarn, wenn man auf dem Balkon sitzt, wenn die auch im Balkon sitzen, dann hört man das mal oder hören sie reden. Aber ansonsten hört man nicht wirklich viel. Und wenn man die Balkontür auch zumacht, es gibt ja auch eine Klimaanlage, äh, man muss nicht unbedingt die Balkontür aufmachen, halten. Wie sind die Preise? Das habe ich schon erwähnt für eine Außenkabine. Ansonsten müsst ihr auch mal auf der Website gucken nach Preisen. Unterschiede sich natürlich von Ferien, von, äh, Reiseroute, von Schiff, etc. Also fließen natürlich viele Faktoren ein in den Reisepreis. Kostenüberblick bitte, gern auch die günstigste Variante für die Tour, die ihr gerade macht. Also, ähm, die günstigste Variante ist natürlich unter den, also nicht in den Ferien. Ähm, genau. Also einfach mal gucken, wann Deutschland keine Ferien hat und da mal nach den Preisen im Internet schauen. Man muss immer vergleichen. Oder ihr fragt halt die Susi, ähm, wie gesagt unten in der Infobox verlinkt, äh, und sie sucht euch dann den günstigsten Preis. Was ist der Unterschied zwischen Premium und Premium All-Inclusive? Also es gibt ja bei AIDA Premium und Vario-Tarife, die man buchen kann. Premium bedeutet, äh, die sind dann direkt verfügbar. Also es gibt ja Reisen, glaube ich, bis 2025. Und Premium könnt ihr dann direkt von Anfang an buchen und dann könnt ihr euch die Kabine aussuchen. Ihr habt dann, glaube ich, immer Wasser auf der Kabine und ich weiß nicht, was noch in alles inklusive. Es gab Frühbucherrabatt, etc. Und, ähm, Vario ist dann im Prinzip, das wird dann paar Monate vor der Reise freigeschaltet und dann ist es auf jeden Fall günstiger. Ihr könnt euch aber nicht die Kabine aussuchen und, äh, zum Beispiel bekommt ihr nicht das Wasser auf, äh, auf die Kabine. Das haben wir jetzt zum Beispiel, wir haben einen Vario-Tarif gebucht, ähm, paar Monate vor der Reise. Ja, was der Unterschied zwischen Premium und Premium All-Inclusive, also Premium ist das, was ich immer erklärt habe. In Premium All-Inclusive, da habt ihr im Prinzip dann die Getränke mit dabei. Das ist der Unterschied. Ähm, was gefällt dir am besten, Anna-Ida? Ähm, ich muss sagen, ich mag dieses familiäre, dieses, ähm, ja, man ist direkt in Kontakt mit so vielen Menschen und, ähm, ja, keine Ahnung. Es ist, wäre ich wahrscheinlich für meine erste Kreuzfahrt auf mein Schiff gegangen, wäre ich jetzt wahrscheinlich mein Schiffliebling. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, bin ich gerne auf AIDA, ich mag das Programm, was geboten wird. Es ist ein guter Mix, ähm, Entertainment, ähm, EIDA findet hier was zu essen. Ähm, für Familien ist es was, aber auch nicht unbedingt, also für jede Altersgruppe ist es was. Deswegen, ähm, ja, gefällt mir halt AIDA irgendwie am besten. Aber wie gesagt, wäre ich jetzt als erstes auf mein Schiff oder so gegangen, wäre ich vielleicht auf mein Schiff hängen geblieben. Aber es ist halt so, was ist alles inklusive, das habe ich schon mal, habe ich schon mal erwähnt. Was kostet so eine Weihnachtsreise im Jahr AIDA, habe ich auch gesagt. Ist es da nicht zu laut? Ja, das kommt natürlich an, drauf an, wo ihr euch aufhaltet. Wenn ihr euch jetzt am Seetag, ähm, am Pooldeck aufhaltet, wo gefühlt alle Familien da sind, mit Kindern, die natürlich im Wasserplanschen oder jetzt im Beachclub, dann ist es sehr, sehr laut. Ja, also nehmt euch dann vielleicht Earpods mit oder Kopfhörer mit Noise Cancellation, weil es kann sehr, sehr laut sein. Aber es gibt natürlich auch Bereiche auf dem Schiff, die etwas ruhiger sind, wo dann halt nicht so viele Menschen sind, vor allem auch an Seetagen. Also an Seetagen verbringen die meisten Menschen die Zeit entweder im Theatrium, beim Sport, im Spa oder halt an dem Pool unter Außendecks, wenn das Wetter passt. Wenn es natürlich, wenn es regnet, dann wahrscheinlich nicht. Ansonsten, ähm, ja, gibt es halt natürlich schon Bars und Ecken, wo es ein bisschen ruhiger ist. Aber, ja, zu Peakzeiten kann es schon sehr, 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 kann es schon sehr, sehr laut werden. Ähm, also wenn ihr Lautstärke nicht mögt, dann, ja, auch beim Buffetessen und so kann es auch schon mal laut werden. Ist es über Weihnachten das Schiff sehr voll oder weniger los? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr voll. Also, ich weiß nicht, ich glaube, 6.000 Leute sind auf dem Schiff, habe ich gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob es ausgebucht ist, aber ich denke mal schon, dass die meisten Kabinen auf jeden Fall ausgebucht sind. Ähm, und halt natürlich sehr viele Familien mit Kindern. Was ist der Unterschied zwischen den normalen Cruises und der Disney Cruise? Es gibt eigentlich keinen richtig krassen Unterschied. Es ist halt dann das Thema, dass, ähm, einerseits einmal das, äh, dass die Art vom Essen, also abends im Disney, äh, beim Disney Cruises ist es halt so, dass du abends, ähm, die Restaurants rotierst. Also, du hast festgesetzte Restaurants, ähm, wo du dann ein Menü hast, was du dir aussuchen kannst. Du kannst natürlich auch ins Buffet-Restaurant gehen. Aber bei Disney ist es so, du hast jeden Abend ein anderes Restaurant und dein Kellner geht mit. Und dann hast du da auch verschiedene Menüs. Hier bei AIDA kannst du natürlich auch so, wo du essen gehst, außer du reservierst halt eins bei den Spezialitäten-Restaurants. Ansonsten kannst du halt auch so, wo du isst. Und du hast auch nicht immer denselben Kellner oder so. Das ist so jetzt der Gravierensunterschied, ähm, ja, ansonsten, es ist halt auch immer die Routen, ne? Die Routen unterscheiden sich halt auch immer. Aber ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welches Kreuzfahrtrederei euch am besten gefällt. Ist es Disney, ist es mein Schiff, ist es AIDA? Würde mich auch mal interessieren. Ähm, was muss man bei der Buchung beachten wegen Essen trinken? Also Essen habt ihr sowieso inkludiert. Äh, Trinken könnt ihr als All-Inclusive dazu buchen. Ansonsten, was ihr, wenn ihr gebucht habt und zum Beispiel jetzt auf Cosma die Spezialitäten-Restaurants testen wollt, wie Mama Mia, French Kiss, Ähm, Oceans Restaurant, dann müsst ihr auf jeden Fall vorher reservieren. Am besten halt noch von zuhause über, ähm, das Maya AIDA-Bordportal, weil sonst, wenn ihr hier an Bord seid, habt ihr wahrscheinlich, äh, könnt ihr das Pech haben, leider keinen Platz mehr zu bekommen in den Spezialitäten-Restaurants. Ähm, wie gesagt, das könnt ihr dann vorab dann über Maya AIDA reservieren. Das kostet auch nix, ähm, die Reservierung, aber ihr braucht halt unbedingt einer. Was ich aber gehört habe, wenn ihr schon an Bord seid und keine Reservierung bekommen habt, es gibt viele Leute, die die reservieren und, äh, kommen da nicht zu ihrer Reservierung. Also es lohnt sich auch mal, ähm, es lohnt sich auch mal, ähm, vor Ort nachzufragen an dem Abend. Jetzt ist gerade irgendwie ein Riesenaufzug rausgekommen. Wo ist Julina? Das ist eine gute Frage. Wie viel kostet sowas, äh, habe ich schon gesagt. Die beste Zeit zum Buchen. Also ich würde sagen, immer, ähm, es gibt einmal, wie gesagt, so früh wie möglich, dann gibt's die Frühbucherrabatte oder halt den, äh, Vario-Tarif. Dann, der wird aber immer erst ein paar Monate vor der Reise freigeschaltet, der ist halt ein bisschen günstiger. Ähm, aber ihr kann dann natürlich sein, dass eure Wunschkabine dann nicht mehr verfügbar ist. Glaubst du, dass eine AIDA-Reise auch was für Kinder ist? Das habe ich schon beantwortet. Ja, das waren eigentlich so eure hauptsächlichen Fragen hier von, äh, von meiner AIDA-Reise. Wie gesagt, ähm, wir werden auf jeden Fall in naher Zukunft auch wieder eine AIDA-Reise machen. Also auch hier kann ich mal verraten. Näheres kommt dann bald. Ähm, ja, irgendwie sind wir hier hängen geblieben. Ähm, wir haben ja die Susi auch getroffen. Also die war ja auch hier mit ihrer Familie, die von, von einem Reisebüro, ähm, die ich euch empfehle. Die war hier auch mit ihrer Familie und wir haben auch kurz gequatscht und so. Und sie reist auch mit COSMA und Mein Schiff war sie auch schon und MSC. Und, äh, sie sagt auch, Geschmäcker sind verschieden. Ähm, muss man halt einfach mal testen, so eine Kreuzfahrt. Ähm, es gibt ja auch Routen, so Anfängerrouten, da zum Beispiel auf Hamburg oder Kiel, die Metropolen. Da kann man auch mal gucken, ist das was für mich, so eine Kreuzfahrt, mag ich es auf dem Schiff zu sein, äh, werde ich seekrank. Äh, übrigens seekrank, man hat hier nichts vom Wellengang, äh, gespürt. Ich muss jetzt mal kurz, äh, die Location wechseln, weil es auch dann auf der Treppe sehr laut wurde vor den Jugendlichen oben. Also seekrankheit. Ähm, ich hab gar keinen, fast gar keinen Seegang hier gemerkt. Ähm, es war sehr, sehr ruhig, der Atlantik hier. Es gibt natürlich Routen, wo es mehr Sehbewegung gibt, ähm, aber hier jetzt die Kanaren waren sehr, sehr ruhig, muss ich sagen. Aber es kann natürlich natürlich immer mehr ändern, also es ist jetzt kein Garant, dass es hier immer ruhig ist, ähm, ja. Aber ich bin auch nicht, leider nicht an, also ich bin nicht, zum Glück nicht anfällig für sowas. Ähm, deswegen bin ich die falsche Person, ähm, sowas zu fragen, ähm, ob ich seekrank geworden bin oder so, weil mir wird bei keinem irgendeiner Sachen irgendwie schlecht. Ja, das war's. Das war das Q&A hier von AIDA Cosma. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir deinen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao. Abonniert den Kanal. Untertitelung des ZDF, 2020